Wenn sie jetzt eintreffen, dass sie gleich angreifen, oder? Mir stellt sich so die Frage. Oder ob sie da auf der Lauer sitzen und auch mitspionieren. Weil es wäre gut, wenn alle drei Einheiten zusammen angreifen. Huch. Da arbeiten. Seit kurzem erst sind wir mit dem Uberturer beschäftigt. Versuchsweise. Schau, unser Produktion-Level hat aufgerufen. Unsere Konans sind nicht weit von hier. Würdest du mich wiederholen, was ich gesagt habe? Was? Also greifen die an. Okay. Ja, ich... Oh, da. Wie greift man? Beim nächsten, ähm... Beim nächsten Fort, da lasse ich die Spionage, oder da lasse ich es durchziehen. Weil man weiß nicht, ich glaube, es ist aber so, dass er dann sagt, ja, wie viele da sind und die Bewaffnung, glaube ich. Aber ich wollte jetzt unbedingt vor der Pause jetzt noch mal einen Angriff starten hier und die ersten Fremden befreien. Und der Tyrannei! Der Harkonnen! Aus der Tyrannei der Harkonnen! Aus der Tyrannei der Harkonnen! Aus der Tyrannei der Harkonnen! Oh ja! Das... Sowas hört sich gut an. Wir töten einige dieser Harkonnen, ohne irgendwelche Todes in uns. Was? Würdest du mich wiederholen, was ich gesagt habe? Nein, nein, nein. Cool. Aber ich kann mich jetzt erinnern, irgendwie... Ich hab da irgendwie... Nächte um die Ohren gehauen, so Wochenende. Und dann stand ich hier genauso wie jetzt, saß ich hier davor vor dem Bildschirm und... Hab nur gehofft, oh, gewinn, gewinn, gewinn! Man hatte dann schon längst seinen müden Punkt überrunden, ne? Und mit voller Spannung, wie geht der Kampf aus? Was verbirgt sich in dem Vorwort? Gibt es da Schätze? Neue Waffen? Ausrüstung? Männer? Aber wo sind denn unsere Tüchtigen? Sind das die Tüchtigen? Meine Tüchtigen? Meine Tümpfe ist attackiert dieses Fortress. Habe einen Blick auf die Charakteristiken meiner Tümpfe. Sehr tümpfe. Oh, wie... Oh, sehr tümpfe. Es gibt so viel Verrückung zwischen den Harkonnen. Es wird es leicht, sie zu schützen. Wir haben nicht einen einzigen Harkonnen zu töten. Und es sind bereits viele Menschen, die tot oder kaputtiert sind. Was? Es ist ja Wahnsinn. So was, genau so was, ist gar nicht gut. Also er meinte gut, die beiden meinten schlecht. Meine Tümpfe ist attackiert dieses Fortress. Habe einen Blick auf die Charakteristiken meiner Tümpfe. Also die haben 170 zusammen verloren, glaube ich. Oh ja, das ist gut. Wie den Abendrücken. Also das Symbol der Abendrücken. Ja, das sieht gut aus. Und dann hier rüber. Da? Kann ich schon da? Nee, da kann ich nicht. Wir sind die Spice-Prospektoren. Ja, um die Zeit jetzt hier zu verkürzen, werde ich jetzt mal zum Verlass fliegen und zurück. Weil, ne? Ich bin auch schon neugierig. 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 Fängt gleich hin. Ich sag nicht, wie dann sein Krieger kaputt. Ah, okay. Dann kann ich sie ja jetzt dahin holen. Was ist denn hier? Zu weit weg, okay. Oh, ne, das ist meiner. Ich helfe die dritte, Bescheid. Wir haben die Krieg gewonnen, Mordid. Wir werden diese schwere Gegeben in eine schöne Siege schützen. Du siehst. Wir haben die Krieg gewonnen, Mordid. Wir werden diese schwere Gegeben in eine schöne Siege schützen. Du siehst. Oh. Dann schließt sich der Kampf Dann schließt sich der Kampf Wir machen auch hier Hier müsste ja den Gurney Der geht jetzt da hin Dann wird von Gurney geschult Vielleicht gibt es da auch Waffen Das lassen wir jetzt mal Die werden jetzt das hässliche Fort in einen Siege umwandeln Leider keine Ausrüstung Wir reisen zum Palast zurück Ich mache ein Save Und beende dann erstmal die Aufnahme Beim nächsten Spionageaktion Da lasse ich es durchgehen Um das mal zu zeigen Welche Informationen Ob sich das lohnt so lange zu warten Oder mich gleich anzugreifen Ich kann dich hinfliegen Nein Nein, nicht Nicht desert Nicht einfach irgendwo hinfliegen Select destination unmanned Gibt es hier nicht irgendeine Klasse für Palast? Atreides Palast Wir machen ein Save Wir machen ein Save Teig Wir machen ein Abonniert Weitere Wir machen Wir machen ein Wir machen ein Vielen Dank.